Hallo, ich bin der Michael und ich arbeite schon seit über 20 Jahren im TUI Reisebüro Imst. Heute möchte ich euch etwas über mein Reiseziel Nummer 1, Denariffa, erzählen. Denariffa ist mein Reiseziel Nummer 1, weil diese Insel die ideale Kombination aus Badevergnügen einerseits und Aktiv- und Entdeckerreise andererseits bietet. Mein Highlight war ganz klar das Whirlwatching. Die Wale gleiten direkt am Boot vorbei und sind wirklich zum Greifen nah. Da Denariffa eine Vulkaninsel ist, bestehen die meisten Strände aus dunklem Lavasand. Die schönsten davon findet man im Südwesten der Insel, im Raum Las Americas, wie zum Beispiel die Playa del Duc und die vor allem bei Familien sehr beliebte Playa de las Vistas. Der Vorteil dieser Insel besteht darin, dass man sie das ganze Jahr über bereisen kann. Es herrscht ein mildes Klima und deshalb wird Denariffa auch die Insel des ewigen Frühlings genannt. Probiert auf jeden Fall die Papas Arrogadas. Das sind die kleinen salzigen Grundkartoffeln. Am besten mit den beiden Soßen Mocho Rojo und Mocho Verde.